Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass 4 Uhr morgens die schlimmste Tageszeit ist. Man kämpft mit der Müdigkeit, egal wie motiviert man ist. Die Bediener saßen also gemütlich im Leitstand rum und dann, boom! Alle Alarme gehen gleichzeitig los. Der Reaktor ist vom Netz getrennt. Kühlwasserpumpen laufen. Und die Bediener fragten sich, was zur Hölle ist hier los? Es kommt kein Notfallkühlwasser. Eine Stunde sind sie im Dunkeln getarnt. Der Wasserstand im Druckhalter steigt zu hoch. Die Temperatur im Reaktor stieg an, obwohl er laut Anzeige voller Wasser war. Kühlwasserpumpen abschalten. Ein leitender Bediener ließ die Pumpen abschalten. Er dachte, das Wasser steige zu hoch, aber dem war nicht so. Und man stellt niemals das Kühlwasser ab. Ein Reaktor muss gekühlt werden. Sie hatten keine Ahnung, was los war. Und das machte Angst. Also machen sie nicht so. Untertitelung des ZDF, 2020